Meine erste Woche an der Kunstuni ist rum. Eigentlich wollte ich früher immer Malerei studieren, mache jetzt aber Produktdesign und bin damit auch sehr, sehr happy. Ich bin nämlich trotzdem eigentlich den ganzen Tag am Zeichnen, weil wir sehr viele Skizzen machen müssen. Und ich probiere natürlich auch nebenbei noch meinen eigenen Schil zu machen.